Jo, da sind wir hier wieder. Mal gucken, was sich hier verändert hat. Moment mal, den kennt man doch da hinten. Das ist doch der Mettler, oder? Mal gucken. Na klar, ist er fett. Hallo, ich bin Enscher. Enscher Mann, du hast mich erschrocken, Mann. Ich war gerade im Schlimmertraum. Also dein Bier fahren aus, du schlafen gerade. Ja klar, ich hab schon wieder gesoffen hier. Die ganze Nacht kippt dich nur rum hier. Ich brauch einfach eine Abkühlung. Ich springe da, renn dir ins Wasser. Ich kühle mich da erst mal ab. Ich hab gehört, dass du letztens richtig wütend warst, weil du keine Karten von Wacken abbekommen hast. Ach, von Wacken. Das ärgert mich sowieso heute noch, dass ich von Wacken keine Karten abbekommen habe. Ja, und das Problem ist, für nächstes Jahr 2023, in fünf Minuten waren alle 80.000 Karten weg. Ja, ja. Für nächstes Jahr. Also können wir schon wieder nicht hin. Ja, ich, 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 ich bin jetzt ehrlich, ja. Ich hab meine Muffen verloren, ja. Man weiß auch, warum ich jetzt hier nur noch so eine Billigdunker-Muffen-Muffen habe, ja. Weil meine Muffen weg sind, ja. Ich hab die gesucht im Schrank. Weißt du, wo sie waren? Im Scheißhaus haben sie sie alle runtergesenkt, ja. Das geht gar nicht. Jetzt kann ich mir zusehen, wie ich neue Muffen rankriege, ja. Und was nützen mir die Scheißdinger hier, ja. Die Scheiß-Lippen-Dinger hier, ja. Und die Scheiß-Augen-Dinger hier, die brauch ich nicht mehr, ja. Brauch ich nicht, ja. Dann ist mir auch die Kappe nischt mehr, wenn ich da was bängen will, ja. Wenn ich da was bängen will, dann muss das richtig sitzen in der Fresse. Richtig drinnen sein. Dann muss das richtig bumm machen, richtig knall bumm und dann ist schick, ja. Und nichts ohne, ja. Dann ist ruhig am Schacht, ja. Dann glaub mal, dann, dann, dann hol ich Wacken nochmal wieder neu ran, ja. Dann machen wir selber Wacken. Dann stellen wir uns ein paar Boxen auf, eine fette Anlage mit einem Plattenspieler und dann machen wir ihn auf Wacken. Ja, und dann machen wir ihn auf Wacken. Und dann glaubt mal, dann ist das nämlich Kekirchenessen mehr hier, was Wacken betrifft, ja. Wacken war nur ein dreckiges Ding, ja, was sie mir hier gelassen haben hier, ja. Hier, guck dir das an, da sind sie, ja. Da sind kleine Hyoglyphen drauf, kleine Hyoglyphen, so ne Schrift ist da drauf, ja. So ne kleine Hyoglyphen drauf. Das ist alles Hebräisch, ja. Latein, ja. Latein kann ich aber nicht, ja. Da kann ich nichts mit anfangen, ja. Und was weißt du, warum ich jetzt hier noch die Pikaramen habe, ja. Ja, die hab ich jetzt nicht noch, ja. Das sind meine einzigen Schlag-Honky-Kockermoffen, ja. Die, wo ich mir zuwamse, wenn's mir aber dreckig geht, ja. Wenn's mir dreckig geht, ja. Und die wollen mir die Kutte ausziehen, aber ich ziehe sie vorher selber aus, bevor ich sie zusammengelegt habe. Ja, dann lege ich die Kutte ab, und dann sag ich, hier, kommt dran. Das wollt ihr, bumm, bumm, bumm. Und dann, und dann zieh ich mir die Kutte aus. Und wenn's dann knallt, dann spritzt das Blut aus Tapeten und Ecken, ja. Aus Tapeten und Ecken wird das Blut entspritzen. Und dann... Dann macht er mich eben auch wirklich auf Dänger, denn. Dann mach ich eben auf Kasper-Dänger, ja. Ja, ich hab vorhin hier auch so einen Kasper gesehen, ja, ey. Bunt wie, äh, bunt wie Weihnachtsbaum und dann hier so eine Kasper-Mucke an, ey. Bunt wie ein Weihnachtsbaum. Und hier voll die Mütze auf und dann eben auf, äh, an... Ey. Ich glaub es nicht. Weißt du was? So ein Lutscher, ja. Den hau ich schon dreifach eben in die Fresse. Da spritzt das Blut doppelt mal an die Tapete, ja. Und dann ist die Tapete rot, ja. Und Burgunder-Rot ist meine Farbe, ja. Burgunder-Rot. Nein, du magst rot und schwarz, deswegen, ja. Ja, das ist meine Farbe. Und dann... Glaub mal. Und dann ist mir kein Zucker-Schlecken. Dann werd ich mich richtig abdrehen. Richtig. Und heute sag ich euch mal eins nur, Leute. Lass mich dich erst richtig ausrasten. Ihr wisst, wie ich werden kann. Und dat ist kein Zucker-Schlecken, ja. Ich nehm die, äh, ich nehm die Faust, hau rein und dann nochmal kräftig drauf. Damit dat richtig... ...macht, ja. Und wenn dat dann richtig so macht, ja, dann glaub mal. Dann hat er ausgelacht, ja. Ich sage, ja, ihr seid nur Vollpfosten, Idioten und Hornochsen, ja. Mehr seid ihr nicht für mich. Ihr könnt mich mal dreifach am Kreuz lecken, ja. Jedenfalls die Hip-Hopper. Ja, genau, genau, genau. Ihr seid nämlich nicht das, was ich bin, ja. Ihr seid es nicht, was ich bin. Weil nur Metal ist Ruhe. Ja, genau. Und das, ja, was ich bin, ja, ist mit mir nicht zu spaßen, ja. Ich bin das Kaliber, was ich schon vor 30 Jahren war. Vor 30 Jahren war ich so ein Kaliber. Da hab ich schon gedacht an Metal, ja. Da war ich noch ein Windelpuper. Ein Windelpuper. Na, da hat Metal mich erst angefangen in der 70er Jahre. Genau. Weil der war einer der Ersten. Ja. Der ihn auf Banger gemacht hat. Genau. Genau. Und tschüss. Und so.